Hey Leute, große Ankündigung und zwar beginnt die Herbstsaison der A1 E-Sports Liga. Das ist die größte E-Sports Liga Österreichs mit 7000 Euro Preisgeld und auch ich werde dieses Mal wieder am Start für euch sein und das Ganze für euch, Carsten. Jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden über den Link in der Beschreibung. Dafür müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein und ihr müsst eben gehen auf anmeldung.a1esports.at Der Link findet ihr ganz oben. Dann findet am 16. und am 26. September jeweils ein Qualifier statt, bei dem sich je zwei Spieler für die Liga-Phase qualifizieren werden. Das heißt, wir haben erst die Liga-Phase, dann die Playoffs und dann das große Finale, hoffentlich live vor Ort in Wien, bei dem eben die 7000 Euro ausgespielt werden. Ansonsten könnt ihr auch gerne vorbeischauen beim ersten Link, wenn ihr euch auch für Bra-Stars anmelden wollt. Dort haben wir auch ein großes Turnier am 3000 Euro Preisgeld. Und ansonsten viel Erfolg für die Qualifiers. Ich hoffe, danke für euren Support. Könnt auch gerne während der Liga-Phase natürlich zuschauen im gesamten Turnier. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao und ja, man sieht sich. Das gleiche teenagers, das heißt, wir halten. Ich weiß, ich würde sagen, bis dahin, combo. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.